Hey Leute, seid jetzt nicht willkommen zu einem weiteren Part von Apes Odyssey. Gut, es ist eine lange Zeit aus meiner Sicht. Ja, deswegen weiß ich jetzt auch nicht genau, was abgeht. Aber eins weiß ich, ich muss laufen. Okay, hier sind wir auch stehen geblieben und ich wusste einfach nicht, wie man das hier weitermacht. No good. So, komm mal mit. Äh, meh. Du. Hopp. Okay, warte mal, wo schieß ich? Nein, nein. Okay. Was schieße ich? Das ist gut. Uiuiui. Und schnell durch. So. Aus welchem Loch kriechen die eigentlich? Ähm, nein. Das werde ich mit Sicherheit nicht drücken. Wo ich hier stehe. Nee, 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 nee. Eigentlich bräuchten wir ihn nicht mehr. So. 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 Schmeißen wir ihn da rein erst mal. Warte mal, habe ich das falsch gemacht? Ah, shit. Ach, shit. Ach, sauber. Das kommt wie gerufen. Okay. Das erleichtert uns auch einiges. So, weiter. So. Hier, weiter. Das habe ich vollkommen vergessen. So, und lauf. Ach, ernsthaft? Wird jetzt gemoved? Sorry, ich kann jetzt nicht den Gatter aufnehmen. Brauchen wir den? Ähm, ham, 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 ham. Eigentlich nicht. So. Und da kommt der Nächste. Wie stumpf das einfach ist. So. Uiuiuiui. Überfällt so viel Rückstoß. Dass er sogar zurück geht. Zurück geht. Äh, so. Da war jetzt nichts mehr. Gut. Dann sind wir hier erstmal fertig. Und retten den erstmal nochmal. So. Wenn wir uns hier holen. Wollte reichen. So. Ne, ein zweiter war das noch. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. So. Der kommt jetzt mal mit. Okay. Jetzt muss er schnell mit. Gut. Gut, gut. Genau so wie ich es wollte. Jetzt nochmal die ganze hinten holen. Ich dachte gerade. So. So. Vorsichtig. Doch eins weiter. Okay. Okay. Jetzt muss ich hier wirklich schnell sein. Okay. 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 Ja. Toll. So ist das geil. So richtig awesome. so und jetzt perfekt na los, geh runter danke ein zweiter noch und stehen bleiben bevor ich hier noch zu weit durchrusha okay, der kommt jetzt jetzt, schnell danke und jetzt schnell, schnell, schnell ach, danke gut alles gut, alles gut alles safe ich hoffe, ich bin nicht zu laut der Pegel schlägt auch ein bisschen arg aus wenn das so ist, tut mir leid, Leute wird dann gefixt das war irgendwann die Tage okay, anscheinend können wir hier nicht durch ist das was? okay, wir gleich den nächsten sauber gut dann haben wir das hier schon mal geschafft insofern ich da nicht gleich einen Spieler mach und da noch reinlaufe so nochmal hoch danke die Arbeiter 60 Opfer 12 geflohene 27 20 vielleicht hat es doch dort mal aufgemacht also das will ich jetzt nicht entgehen lassen falls das wirklich so ist okay die Chance muss ich einfach ergreifen weil es das der Wahrheit entspricht das dort jetzt offen ist ja wie was haben wir denn hier? da ist das okay, ich bin dort ähm klingt das was? jo klingt was okay, hier kann ich runter vielleicht gehe ich aber gleich uiuiuiuiuiui ah shit aber ich habe bezweifle ich, dass es klappt so jetzt lauf bloß nicht in die Mine rein ich werde dich hassen so schlage ich wo kann ich denn noch schießen? doch auf Z och das ist doch nicht der Ernst, oder? der Mahlzone och ne, was meinst du denn das? ich hoffe, das sind nicht diese Typen uiuiuiuiui äh 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 Mutter mit dir du lach doch nochmal ich muss doch nochmal zurück ich bin noch ein Schand holen so ne hier nicht gehe nach oben rein so ha 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 folge mir ok ja und das sollte reichen wie geht's schild der einfach oben steht ok erstmal wenn wir diese zwei dort bekommen dann passiert da irgendwas besonderes ich weiß nicht mehr genau was das war ja na los komm 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 da das ist doch nicht dein Ernst folge mir ok folge mir ok folge mir danke und jetzt sag bitte ich hab das vielleicht trotzdem noch geschafft das wär so bitter das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht ok ok anscheinend dieser Chant ach sauber richtig geil anscheinend dieser Chant bewirkt dass ich die außer Gefecht setzen kann sicher bin ich aber nicht sicher bin ich aber nicht sicher bin ich aber nicht das war doch ein bisschen zu früh der muss ja erstmal weg wie frech der immer lacht ist ja klasse ok so dann holen wir mal schnell den 9 ach mal los ich bin so blöd oh ich bin so blöd und ich bin so blöd und es ist ja ich bin so blöd ich bin so blöd Ach, so. Ach. Warum ist er zu denselben Stelle zurückgegangen? Er sieht da doch, da in der scheiß Mine liegt. Warte, 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 bloß. Geh nicht. Über von der Seite. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Folge mir. Okay. So, jetzt aber. Kommt ein paar Vögel zu uns. Wir bekommen was Schönes. Und ich vermute mal, dass es wirklich für die hier. Jawoll. Oh. Oh. Ah, Fickpock. Fickkesser. Ne, ich mach's einfacher. Ah. Okay. Darüber. Und da haben wir's. Schönes ist, dass man nur einmal kurz da rüber gehen muss. Vielleicht hat alles um einiges. Ah, von Heliwan? Ah, ich hasse das. Der reagiert immer ein bisschen spät. Und ich... Hmmmm Okay gleich Designversuch noch Mit denen jetzt Gut dann eben nochmal schnell holen Erstmal bei der Charme GG danke GG Folge mir Hallo Folge mir Okay Warte Okay Okay hier sollte eigentlich nichts passieren Genau Na eins weiter bitte Und hoch mit ihr Hallo Hallo Folge mir Okay Und folge mir Los Okay Folge mir Okay Das haben wir jetzt So spät wieder eingefallen Oh Oh Na gut Leute Ich mach dir erstmal einen kurzen Cut Und Ich freu mich schon auf den nächsten Part mit euch Also Haut rein Leute Ciao Ciao Oh 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 Oh